Ein absolut unbeschreibliches Gefühl, wenn du hinter der Bühne bist und nicht aufpumpst. Die Erfahrung, die ich da gemacht habe, war einfach unglaublich. Und einfach sich zusammenraufen und sagen, ich gehe jetzt auf die Bühne. Es macht so einen Spaß, man ist regelrecht infiziert davon. Ich würde jedem raten, gerade wie es der Pierre jetzt angeht, mit Betreuung sich darauf vorzubereiten, das ist natürlich optimal. Er macht das, tut das und überwindet den inneren Schweinehund und es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich kann nur jedem empfehlen, der sich mit dem Gedanken befasst, mal einen Wettkampf zu machen. Tut's, es lohnt sich. Ran an den Knochen und Zähne durchbeißen und los. What you waiting, what you waiting, what you waiting, what you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? Take a chance to keep it home. What you waiting, 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 what